Boah. Oh. Äh, hi. Hi. Äh, dass mich alles gerade befüllen. So, okay. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, wir würden noch Stein-Dingens geben. Warte, ich brauch keinen Koppel, ich kann doch unten aus dem Haus holen. Diese Stein. Oh, danke schön. Bitte schön. Ey. Was denn? Ich dachte so, hä, wieso brennt das denn nicht? Ohne Witz. Waaah. Ich hab nur noch zwei Planetary-Leben. Was? Nein. Dieses Stück. Bin ich da? Ich stimm so was für ein Haus mit Creepern. So, willkommen zurück bei Minecraft BlendHolz. Und ich baue ein paar Öfen und Nico mache was anderes. Keine Ahnung. Sind die Öfen? Ich möchte auch nicht aufbauen. Gut, dass du mich daran erinnerst. Ja klar. Ähm. Ich hab gar keinen Brennstoff mitgebracht. Äh, Nico? Ich will euch kein Holz verbraten, weißt du? Nein. Ich hab gar keinen mehr. Nichts? Nee. Nichts, Nico. Aber, 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 aber. Aber? Wie, aber ist ich hier gerade? Ich brauche noch zwei Stacks. Komm, da hab ich. Boah, 12 Stacks. Komm, ist doch breitig jetzt. Oh, mehr. Ja, ich gleich vorrat. Immer dieser Regen, ey. Ich lass noch mal durchregnen, damit es dann nicht wiederkommt. Ah, hoch da. So. So. Soll ich noch einer bauen und mitbringen, oder? Nicht? Nee, warte. Hab ich Eisen? Ich hab kein Eisen hier. Boah. Oh. Äh, hi. Hi. Äh, dass mich Eis gerade befüllen. So, okay. Aber warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. 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 Was denn? Ich will dir noch Stein-Dingens geben. Warte, ich brauch keinen Koppel, ich will den unten aus dem Haus aus holen. Diese Stein. Oh, danke schön. Bitte schön. Oh, cool. Schon noch draußen am Bestzeug. Und das wird noch mehr. Ja. Ey. Was denn? Ich dachte so, hä, wieso brennt das denn nicht? Ohne Witz. Was? Ja, ich hab nur noch zwei Blended Toys neben. Was? Nein. Dieses Stück. Ich bin nicht da. Wo bist du? Ich stimm sowas von dein Haus mit Creepern. Wo bist du? Komm dich mal in den Haus rein, bitte. Zu spät. Nein. Das ist gar nichts. Ah, komm. Irgendwo finde ich noch was. Warte, das waren doch nur 450 Kohle, Nico. Hm. Ich brauch noch ein paar. Ich könnte noch ein paar. Öfen gebrauchen. Das ist ne gute Idee. Alter, nein! Lass das! Braust du ja grad nicht. Haben wir keine Kohle mehr? Null Kohle, ne? Ich hab keine Ahnung. Lass mal ne Öfen! Oh, nix. Wo kommt der? Hau ab! Hä? Ja, wir haben gar keine Kohle mehr in die... Ach, hier in der Kiste, Leute. Soll ich ne Kohle mal trinken? Könnte man machen. Ich kann das bei ner Öfen stehen. Okay. Hab gemacht. Okay, komm mal. Ich komm dir sogar ein bisschen gegen. Weil... Ich bin mal so nett. Okay, komm mal. Bist du denn... Unten im Wings? Ja, genau. Ich bin mal kurz beim Hühnern noch. Mhm. Mhm. Dass du mich nicht gewöhnt hast. Dass du mich nicht gewöhnt hast. Was? Du denn, hä? Ich bin zwar irgendwie vorbei gelaufen. Ich hab gesneakt. Ich bin gerade bei meinem Planeten grad. Auf der Leife passt nicht gut. Tut mir leid. Mhm. Ich hab' den Öfen. Ey. Ey. Wir haben abgemacht. Ich baue deine Öfen nicht ab. Ja, du hast sie abgebaut. Ja. Ach, komm her. Ja. Du hast... Du hast gesagt, ich soll den Öfen lassen. Davor hab ich's abgebaut. Tut mir leid. Und dann hab ich sie gelassen. Ich hab's nicht... Also wie weggebaut. Wann komm ich noch hingeschmitten? Kannst du... Hast du gar nicht so viel... Guck mal... Guck mal in dein Inventar. Oh nein. Ich hab' gar nicht so viel Platz, Nico. Pech. Ich geb' dir alles wieder, was... Ne, nicht alles. Ich geh' doch 30. Das kriegst du auch noch. Ich brauch' deinen ganzen Scheiß nicht. Soll' du das Zeug aufnehmen? Alter, ich will das! Wie kannst du so viel mit Hauptplatz? Watt'n? Hab'nix. Das fehlt noch. Nico? Das ist nur ein Ofen. Ich weiß. Und dann haben wir noch einen Öfen wieder. Alter, da steht ein Creeper neben meinem Haus. Oh, Junge, ich komm mal! Wer? Alter, komm ich... Ich muss... Ich muss eine Kohle... Ich muss eine Kohle haben. Oh, stimmt. Halt! Halt nicht! Er wird mal eine Öfen wieder haben. Du willst... Was, willst du denn eine Öfen nicht wieder haben? Ja. Ey, das ist aber kein fairer Tausch. 1 zu 1. Ich hab' keine Cola mehr. Ich will's denn haben. Oh. 1 Stick. Hm. Hier! Ah! Ah! Da lag' noch einer. Ey! Hör auf! Achso, Leute. Alter, auf! Alter, auf! Ihr habt ja noch mehr... Jetzt hab' ihr noch mehr Stecks Kohle hingelegt. Jetzt komm' ich nicht mehr hoch wegen dir. Was? Was? Ja, genau, das ist so ein Problem. Du hast nichts mehr im Metall, oder? Bitte? Hast du noch mehr Metall? Noch andere Blöcke? Andere Blöcke im Inventar, hey. Kannst du hochbauen? Andere, kannst du dann nachbauen? Scheiße. Ja. Ich hab's getan. Oh, Mann! Ich hab's weg mit deinen Öfen. Viel Spaß da unten. Ey, hör mal auf, Alter. Ich hab' gar nichts gemacht. Ich war' unschuldig. Mhm. Ja, und ein Krone geflaut vielleicht. Bisschen. Mhm. Sollte gar nicht so gut sich da an. Gib's doch die Alten, lass' nicht weiter rum. Und dann sag' ich weiter die Öfen aus. Habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Ich dachte so, guck bitte nicht in die Öfen rein. Nicht in den nächsten Öfen. Nicht in den nächsten Öfen. Nicht in den nächsten Öfen. Bitte, danke, danke, danke. Oh, fuck. Das war echt. Nein, ich will doch wieder runter, weil ich nicht sehe. Irgendwo ne Spinner. Bei mir auch. Vielleicht machen wir die gleiche. Da sind vier Creepern und so andere Westernplaneten. Fünf, vier. Ich sag' vier. Wollen. Direkt nebeneinander. Kann ich irgendwie ranzoomen, Digga? Glaube ich nicht. Voll geil. Einfach nebeneinander so vier Creeper. Hm. Mal bei denen. Die haben da so neuer Verhandlung. Wie der Westen da rausspringen können. Da hab ich noch mehr Stone. Boah, hast du dich voll aus deinen Planeten rausgebaut. Hm, was? Der hat den gepleckten Boden von dir. Ich weiß. Sieht doch gut aus, oder? Nein, ich hab immer noch kein Eisen. Boah, das kann nicht wahr sein, ey. Du hast so zufrieden geweise Eisen. Vielleicht. Die liegt immer noch alles rum. Nico, sag mal bitte mal auf. Oh Leute, da waren wir einfach in den Tablet. Nein. Hör auf. Oh, war schlitter. Ups. Ey. Danke. Oh, Alter. Ich kann's mal rennen. Ich kann's mal nennen. Alter, alles getroppt. Jetzt hat er mal auf. Alles getroppen. Alter. So, ich bin leer. Ey. Hast du Essen? Ja, ja. Oh, der nervt. Okay. Man muss ja mal ein bisschen trollen. Ja. So. Die Öfenreifen reichen nicht. Die Öfenreifen reichen nicht. Nein, ich hab zwei zu fliege wart. So. Wo hast du Zeit hingelegt? Geh mal her. Noch gar nicht. Dann tut man die Tour ran, wenn sie geht. Oh, wow. Da ist kein Platz mehr. Doch, da ist noch drei Platz. Dann komm ich mal das ganze Redstone. Boah, ich bin mal so nett. Nein. Mein hart erarbeitetes Redstone zu haben. Boah, Alter. Ich steck's dir nur. Dafür nehm ich noch n Raw Chicken. Dankeschön. Ey. Na gut. Ja, wie, ey. Weißt du? Ich bin so nett und mache dir Sachen, weißt du? Und du sagst, ey, wegen allem Raw Chicken. Ja, das ist teuer. Also es gibt's nicht so. Obwohl doch, da haben wir ganz viel davon. Ja. Trotzdem. Es geht ums Prinzip. Genau. Ich brauche noch ein Stack, ähm, 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 hier. Hab ich nicht. Ja, was denn? Ne, doch nicht. Kohle. Warte. Ich hoffe, das reicht's doch. Ah, ich brauche viel weniger, aber egal. Das ist die ganze Kohle. Es wird fast geklaut. Also, von daher, ich hab wenigstens meine Kohle. Ich hab dich zwei Stecks gegeben, Alter. Kann sein. Ich hab nix mehr. Ja, stimmt. Du hast mir sogar zwei Stecks gegeben. Ja, und du schweißt dafür doch runter, ne? Mein Arsch. Ja, es ging aber zu langsam. So, bitteschön. Ja, vielmehr komm ich von uns vorher. Warte mal in der Kohle drin. Jetzt brennt er da, weil... Nein. Warte, Nico. Ich gib's dir. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Oh, geil. Ich hab auch Hunger gehabt. Ich hab nichts mehr gehabt, deswegen. Nein, lass bitte, Nico. Nein. Alter! Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Wenn du mich nicht mehr schließt, dann tue ich es wieder rein. Okay? Okay. Warte. Warte. So. Das da und das da. Da liegt doch ein. Hallo, da liegt doch Cold Stone. Das noch, danke. Raus! Was meinst du jetzt mit dem Eisen? Hast du noch Eisen? Nein, ich hab kein Eisen. Also bin ich dann zu dir gekommen? Ich hab schon nicht. Ich hab schon. Komm schon. Du willst es wollen. Stimmt. Stimmt. Hab ich das geschafft? Nein. Ich hab schon. Schaden. Dann muss ich es mal probieren. Lass das. Ach, Troll macht einfach am meisten Spaß bei Minecraft. Ja. Ich bin jetzt vollkommen. Äh, warte, ich muss das jetzt aufbauen. Ähm. Ähm. Warte, 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 warte. Ähm, ähm, ähm. Ich weiß schon, wie die Folge genannt wird. Ne. Ich werd es nicht vergessen. Mit Trollen. Nix mit Trollen, heißt die? Mal gucken. Also, die, die Folge heißt dann, nix mit Trollen? Hm. 27 reicht das? Ja, doch bestimmt. Die Leute noch bauen. Ja, das ist 7. Was erwarten die denn? So, nein. Alter, ist voll schwer da so zu bauen. hey der ankündigung das ist doch fällig das mal wieder zocken ja was würdest du sagen die setzen sich immer wieder nach unten doch mal wieso nehme ich nicht schon eisen spiele nicht sowieso wie die gießen wie kann ich noch ein bisschen eisen genug aber auch wenn ich noch was will dann hat dann nicht genug das ist ganz schwierig hier also die halte auf den boden setzen will so ein block dann ist nicht immer nach unten stellen da nach oben man kann ja auch nach oben setzen wenn du richtig ziehen ich kann nicht an die decke gucken ich kann nur an die wand reingucken weil das die unter der reihe ist von meinem haus zu zielen kann sie einfach also die müssen perfekt auf einmal klare lalaka die folgenden auch noch mal alle nach unten okay teilweise das hat sogar gehört so auch das das Buch nach unten die Beobachter die Leute ich bin die Schuld mit der Tja war der Fleisch ich verbaut wurde so und jetzt möchte ich das noch machen genau Ah, komm. Ah, das war falsch. Oh, das wäre entfliegend gewesen. Ähm... Hä? So. Oh, komisch. Das sind drei, oder? Das sind drei Blöcke. Wenn du erst rein, dann ist das... Ey, das ist voll falsch gebaut. Ich brauche... Ich brauche Clemstone. So... 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 Jetzt stimmt das. Nee, das kann ich dann hier oben anfangen. Hm... 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 Da hüpft er da oben rum seinen Planeten. Oh Gott, das wird dauernd her. Hm... Warum? Was? Wieso passt das nicht direkt so? Ach, nix nix. Ich mache mir das nur gerade ziemlich umständlich. Ach so... Mach du mal. Mach du mal. Hm... Ich wollte nur die Ränder machen. Ich mach kurz mal nur die Ränder. Alter, da heißt es ist schon leer. Nee, geh mal was. Heute ist schon leer. Na, da heißt es, du hast mir doch voll viele Halsleske gegeben. Die werden ziemlich schnell leer. Ja. Ja, hab gemerkt. Vor allem, wenn man damit die Decke baut. Ja. Ja. Erstmal so voll viel Stacks. Cobblestone. Voll geil. Und das gibt auch Erfahrung. Fällt mir gerade auf. Stimmt. So. Ähm... Upsala. Na komm, der macht auch gerade noch Slaps draus. Wenn du dann über 30 vollkommen. Ups. Äh... So 10L Stacks Slaps. Ups. Das ist gut. Brauchst du welche? Ganz bestimmt. Nein, warte. Ich mach das mal so. Mal gucken, wie das aussieht. Oder ob ich doch alles mache. Oh, sieht das scheiße aus. So, das ist ja jetzt diese Art und Weise. Das hat's echt mit dem Lied Action. Ja. Und wird das hier irgendwo weitergehen. So. Dann müssen wir es halt auch hier noch gehen. Ich glaub, das sieht dann scheiße aus. Ja. Geht's mal. Geh, kann man das auch noch machen. Ich auch noch. So. Ups. Ups. Okay, ich bohme noch ein bisschen um. Das sieht so cool aus irgendwie. Warten wir noch okay, aber jetzt fange ich damit an. Okay, ähm, dann mache ich das so. Ach shit. Was warst du eigentlich gerade? Du wirst zu sehen. Was? Das gefällt mir gar nicht, du nur sagst. Ich glaub mir noch zu dir kommt. Ne, 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 mach das mal, wenn ich hier fertig bin. Oh, er hat eine Atombombe gebaut, gibt's zu. Ja. Stimmt nicht. Mehr als eine. Oh. Zum Teil sind sie schon platziert. Gänger. Am meisten bei dir. Ja, alle. Alle war im Keller. Ja. So eine Schnur, die auslöst, wenn ich runterlaufe. Und bumm. Der ist jetzt mal schuld, du hast ja. Der ist ausgelöst. Ja. So. Mach ich hier noch ein Cluster rein oder so? Ich weiß nicht. Das muss ich eigentlich nehmen. Aber das Problem ist, wenn ich die Cluster reinhau, sieht man von außen aus eigentlich gar nicht so schlimm. Ich hab das auch, dass man von außen manchmal sieht. Ja. Alles klar, Herr. Brrrr. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Ah, weh. Wie mach ich das? Das hätte ich mir gerade zum Cluster gegeben. Scheiße. Gibt's ja gut. Mhm. Auf jeden Fall. So, Rhythmus machen. Aber ob das so gut ist? Ich hab keine Ahnung. Nein. Oh, jetzt geht's doch da. Ich mach das erstmal überall so. Ja. Und dann schau ich mal, wie das so wird. Oh weh, die... Die gefällt mir dann nicht. Deine. Sonst würdest du mich ätzen, ja. Was wolltest du machen? Ich... Nee. weit ist es soweit in zwei stunden ich weiß was das sehen ich komme gleich gucken alter du kannst mich nicht dran hinladen richtig sein kredit also kann ich einfach töten machen so was ich weiß recht da war was ich brauche ganz friedlich mal zeug weiter in 20 minuten wie was gibt noch drei folgen natürlich nicht ich habe viele projekte so projekte kars frakwai kohomo frakwai nicht frakwai nein ich meine project kars multiplayer stimmt sind sie dies ja auch zu also bald zu ende zu ende kann man doch nicht ganz sagen das müssen wir die letzte folge erst mal aufnehmen ich hoffe dass es auch ein ende geben wird ja wie ich uns kenne so mir fehlen genau 235 close down ich habe fünf kloster hier hatte gleich gleich stehst du vielleicht habe ich noch eine drohe noch drin ach ich habe noch 29 schlafen alles gut ok aber ich die im stück so glück gehabt nervt irgendwie hier man hat dann wieder den vollen vorsprung oh der ist jetzt riesengroß ja wieder vorsprung für ihn ja das kann man nicht ändern ja wir helfen könnte man schon aber keine lust wir könnten durchbauen dein Haus weiter ja klar keine Ahnung wer das machen will so wir haben den Haus fertig gebaut du musst es jetzt so akzeptieren wie es ist ne fertig genau ich gebe es auch noch mal ich gebe es auch noch mal es ist genau so viel zeit wie wir mit drin bauen also von daher beschleite ich mich ich brauche von dem boden ab hoffentlich war noch keine monstern so den hier noch kommt man den hätten noch habe ich noch mal 23 und da ging auch immer fünf blöcke vielleicht reißen da da und 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 da es kann auch körper einfallen ich brauche aber ich hab dir voll viel gegeben was habe ich zum mandeln hat noch welche jetzt sage ich zu dir lass dir das zeug wie viel brauche ich noch übrigens das welche dir zeigen wollte ist fertig hast du klopfen ich brauche nur sechs stück Kostol nur sechs stück wie fertig Prozent er hat noch ein Beschlag der Gruppe ich doch noch habe nur 6 nicht viel aber ich müsste müssen es noch haben okay sieben wir haben schon erfolgt zu machen das ist aber das Wort ja doch ich hab noch ich kann alles dran mit dem raufschmeißen es ist sogar was gucken kommen ich möchte noch hoch wo alle das weit ich halte die tür auf ja ich kann nicht schnell Hi. Forschungskurs. So, nach unten gehen? Ich will nicht. Vorsicht, ich soll explodieren. Was? DT. Nein. Äh, was? Ich geh ja bestimmt nicht ins Wasser, hab ich behindert? Ja. Jetzt hast du zu mir da drin gehört. Und der Wasser ist so cool. Nee. Nein. Das möchte ich dir zeigen. So, jetzt kriegst du ein Glowstone. Ah, da weiß ich schon, was ich mache, wenn du mal unten bist. Erst was zu bauen. Ich kann wieder aufbauen. Ja, was ich jetzt? Nimm dir hier raus, was du brauchst. Ach, bis oben wieder? Ja. Wo sonst? Wo? Da. Ich nehme, was ich brauche. Okay. Du hast kein Aufwurtholz. Nein, du doch nicht. Ja, wo könnte ich das alles? Ich denke, wir haben nichts mehr. Hat das so viel? Am Arsch. Drei Staub, dafür nimm ich mir mal die 14. So. Tschüss. Tschüss. Bis auf dem Mal wiedersehen. Du leckst. Weil du hat da so Sachen unter Wohlleut. Hat einfach untergefallen. Huch. Ach doch, das wollte ich doch. Na, komm. Ich bin nicht so wiesig. Ich sammle es wieder auf. Hab doch ein bisschen Zeug gespreut. Ach nein, bei der Gelegenheit hätte ich mir... Alter, bei der Gelegenheit hätte ich mir auch was zum Essen holen können. Ich bin fertig. So. Ähm. Hm. Schwierig. Ähm. So, als du sie vom Kloster noch einsetzen und dann, äh, mal verfolgen würde ich sagen. So. 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 Was ist da rein? Bis wir mal bei mir gucken kommen. Was ist da nicht fertig? Na gut. Na gut. War nicht voll. Weil hier fehlt eh. Ist eh noch nicht fertig. Ich konnte ja gucken, ob ich das mit der Erde und so. Mal schauen, mal schauen, mal schauen, mal schauen, mal schauen. Mal schauen, mal schauen. Ich mach auch sicher das gut noch mal zu lichtig, dass wir doch ein Kipersporn. Schalte. Mal im Mittag voll geklappt. Oh. Hab gar nicht so viel gebraucht. Scheiße. Ja. Sehr schön. Na gut. Okay. Und ja. Dankeschön. Bis zu sehen. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Minekraft Planetoids. So. Tschau.